Guten Abend, heute gibt es mal ein Video auf Deutsch. Es wurde hier und da mal angefragt, mal ein deutsches Flüstervideo zu machen und ich bin sehr froh, dass wir unter uns auch ein paar deutschsprachige Füchse, Füchse, Füchse haben. Also, falls du meinen Namen noch nicht gehört hast, ich bin Edda und es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet für heute. Ich möchte dich, 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 so gut wie ich kann entspannen und auch viel leicht in den Schlaf bringen. So, ich habe für heute eine Gesichtsmassage für dich geplant. Ich bräuchte eigentlich auch mal eine, aber heute geht es nur um dich. Also, hier habe ich, ich sitze übrigens in einer Kissenburg. Es ist eine lange Geschichte, aber jetzt bin ich hier in der Kissenrüstungburg und ich sitze gerade auf dem Boden auf einer Decke. Ja, das ist sehr entspannt für mich, falls du dich wunderst, wo ich gerade bin. Hier habe ich meine Mango-Lotion. Ich habe die gleiche auch in einer Bananenform, aber das ist eine Mango- oder ein Mango-Kern. Sieht eher aus wie ein Kern, mit so einem kleinen Grün-Zipfel und ich habe das ebenfalls oder die Lotion ebenfalls in einer Firsich-Form. Die kann man hier einfach aufdrehen. Ich hoffe, dass du gerade auch entspannt bist, weil es gleich losgeht. Ich glaube, so viel reicht für dein Gesicht, das zu machen. So, ich versuche jetzt erstmal, meine Hände ein bisschen aufzuwärmen für dein Gesicht. Versuche ein bisschen, deine Mimik und deine Gesichtsmuskeln zu entspannen. Also, es ist immer hilfreich, wenn du auch von Anfang an mitmachst, sodass ich eigentlich nur ein bisschen dein Gesicht passieren muss, damit es dir viel, viel besser geht. Okay. So, es ist noch ein bisschen kalt, aber es wird schon ein bisschen wärmer. So. Kann ich ein bisschen deine Haare zur Seite schieben. Damit die nicht am Weg sind. So. Ich werde anfangen unter deinen Augen. Genau da. Dass deine Haut ein bisschen dünner oder viel, viel dünner. Nicht nur ein bisschen. Und ich werde ganz sanft in kreisenden Bewegungen ein bisschen anfangen, dein Gesicht zu massieren. Und ich hoffe, dass du meinen Anweisungen folgen kannst. Weil du auch aktiv daran denken musst, nicht deine Augenbrauen zu rümpfen oder deine Stirn zu rümpfen. Und wenn du willst, kannst du auch deine Augen so machen, das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Super. Also. Ich gehe ein bisschen mit meinen Daumen hier rein. Ich passe schon auf. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Okay. So. Genau. Außerdem werde ich erstmal auf dieser Seite anfangen, wenn sie das recht ist. Und auch im Kreis der Bewegung deine Wangen massieren. Das machst du sehr gut. Schöne Kiefer lockern lassen. Ich kann es dir auch noch ein paar Mal sagen, falls du es zwischendurch vergisst. Gut. Okay. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen von der Lotion. Moment. Gut. Ja. Eine Gesichtsmassage ist immer was Tolles. Es ist auch was Besonderes. Das kann man nicht jeden Tag. Aber ich bin hier. Ich habe Zeit. Also macht dir keine Gedanken. Lass mich das noch einmal ein bisschen aufwärmen. Ich rede sonst nicht viel auf Deutsch auf meinem Kanal. Es ist eher international, eher englischsprachig ausgerichtet. Aber ich bin immer froh, hier mit dir auch mal was auf Deutsch zu machen. Also. So. Machst du sehr gut. Ich werde ein bisschen hoch auf deine Stirn. Und ich benutze für deine Stirn kein Daumen. Die Daumen haben die meiste Kraft. Und ich will so wenig Kraft oder Druck wie möglich ausüben. Okay. Ich will hier keine Braten klopfen. Es ist eher... Was für die sanfte Gesichtshaut. Ich weiß, was ich meine. So. Gut. Fühlst du dich schon ein bisschen besser? Das ist gut. So. Wie fühlt sich das an? Perfekt. Okay. Jetzt kann ich ein bisschen... Dein Hals... Fühlt sich das okay an. Ein bisschen runter an den Hals. Den Nacken ein bisschen. Den vergisst man oft. So mal locker lassen. Auch die Schultern ein bisschen. Einfach mal dran denken. Aktiv. Sich zu entspannen. Ich weiß, du hast viele Gedanken. Du denkst an alles und jeden. Aber jetzt musst du doch mal ein bisschen an dich denken. Okay. So. Wie fühlt sich das an? Okay. Ja. Wo kommst du her? Du hast einen leichten Akzent. Du hast einen leichten Akzent. Ah, das habe ich mir schon gedacht. So. Perfekt. Ich klopfe mal ein bisschen. Auf diese Stelle. Einfach mal ein bisschen, um die Durchblutungen zu regeln. Aber auf die andere Seite. Ja. 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 Die kleine Ohrfein. Aber sie tun nicht weh, richtig? Ja. So. Nur an die Seite. Gut. Das ist gut. Ich habe noch ein bisschen. Okay. Gut. So, ich habe ein kleines, eine kleine, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist kein Pinsel, einen kleinen Stiel und ich möchte gerne auf deine empfindlichen Stellen, aber auch auf die mehr unüblichen Stellen ein bisschen Druck ausüben, ganz leicht, das ist, wie du schon siehst, ein verflauschiger Stil, er ist eher dafür da, dass du dich gut fühlst, also, wenn ich darf, ja, okay, wenn ich darf, dann würde ich einmal auf deine Stirn anfangen und ganz leichte, kreisende Bewegung, so wie, und dann auf deinem Beginn ganz leichte, pulsierte, und dann wandere ich langsam an der Seite hoch, kleine Pünktchen, Pünktchen Bewegungen, dann wieder runter, okay, runter, gut, und jetzt auf dieser Seite hoch, perfekt, super, und dann ein bisschen kreisen, kreisen, kreisen und wieder auf die Stirn, gut, gut, sehr gut, okay, ich werde jetzt mit der Gesichtsmassage aufhören, aber damit du mehr entspannen kannst, würde ich gerne ein bisschen runterzählen, wie als, wie wenn man scharfe zählt, okay, ich fange an bei 30, okay, und mit jedem Mal bist du müder, und mit jeder Zahl, die ich dir sage, wirst du merken, wie deine Augenlider schwerer werden, du wirst die Matratze unter dir spüren, oder das Sofa, oder dein Schreibtisch stollen, okay, lass uns einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, und dann kannst du mich ja wissen lassen, wie es dir gefallen hat, okay, also, dreißig, und du wirst immer müde, neunundzwanzig, achtundzwanzig, siemenundzwanzig, sechsundzwanzig, fünfundzwanzig, du wirst immer müde, und vierundzwanzig, dreundzwanzig, es ist sehr regnerisch draußen, und du merkst, wie es dir sehr gefällt, dass du jetzt drin bist, und nicht draußen erbringst, und nicht draußen erbringst, achtzehn, achtzehn, siebzehn, 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 sechzehn, siebzehn, 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 Deine Augen werden immer schwerer, zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, sehr gut, ich hoffe, du hast schöne, schöne Träume und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, okay, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.